Facebook-Werbeanzeigen, Freunde, da wird so viel Geld das Fenster rausgeschmissen, verbrannt, vergeudet. Das darf nicht sein und deswegen gibt es heute 5 Fehler, die du mit Facebook-Werbeanzeigen definitiv vermeiden solltest. Bleib dran. Calvin, wie schaltet man eigentlich Facebook-Werbeanzeigen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich bin darin überhaupt kein Experte. Aber eins weiß ich, bevor man daran denkt, Facebook-Werbung richtig gut zu machen, solltest du erstmal lernen, wie du es auf keinen Fall machen darfst. Weil wenn du es falsch machst, vergeudest du extrem viel Geld. Und deswegen, bevor wir da tiefer reingehen, wie Facebook-Werbung am besten gemacht wird, habe ich mir gedacht, lass uns mal ein paar Fehler sammeln, die die meisten von uns wahrscheinlich machen, die wir aber zukünftig vermeiden sollten. Und da bin nicht ich der Experte, sondern ich gebe euch jetzt quasi einen Einblick in die Gedankenwelt und in die Strategien von genau der Person, die bei mir immer die Facebook-Werbeanzeigen schaltet und damit wirklich für guten Umsatz sorgt, ohne allzu viel dafür auszugeben. Und das ist der Danny Ziegler. Den kennt ihr bestimmt. Der gibt hin und wieder auch mal Seminare und Workshops und Coachings, hat aber jetzt eigentlich weniger den Output auf YouTube und so weiter. Und ich habe ihn mir jetzt mal geschnappt und werde ihn einfach mal so ein paar Fragen stellen, was man auf Facebook bezüglich Facebook-Werbeanzeigen auf keinen Fall machen sollte. Bleibt bitte dran. Die Aufnahmequalität, meine Schuld, ist mal wieder nicht brillant. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Wir haben einen Zoom-Call gemacht und manchmal nimmt der irgendwie nicht in voller Auflösung auf. Aber das ist nicht so wild. Der Ton ist entscheidend. Also dranbleiben. Es gibt jetzt fünf Fehler, die du auf keinen Fall tun darfst, wenn du darüber nachdenkst, Facebook-Werbung zu machen. Okay, bitte dranbleiben, notieren, mitschreiben und ich bin gespannt auf dein Feedback. Viel Spaß. So, Freunde, die Live-Schaltung steht und Danny ist mit am Start. Danny, was geht ab? Moin, moin. Alles fresh hier in Heidelberg. Gute Temperaturen auf jeden Fall. Der hat so ein geiles Set, gell? Also wir haben beide ein geiles Set, aber Danny hat nochmal ein richtig geiles Set. Und wir reden jetzt ein bisschen über Facebook-Werbeanzeigen bzw. Danny, du bist jetzt der Retter und ich hätte gerne, dass du die Leute beschützt davor, Geld zu verbrennen. So, und deswegen, vielleicht hast du, keine Ahnung, fünf Tipps oder fünf Dinge, die man nicht tun sollte, wenn man daran denkt, Facebook-Werbeanzeigen zu schalten. Kriegen wir da fünf Tipps zusammen? Auf jeden Fall. Also ich würde zumindest auf jeden Fall mal sagen, der allererste, das ist wohl der, wahrscheinlich auch der einfachste oder naheliegendste Tipp, den man da geben kann, ist, jeder kennt wahrscheinlich diesen kleinen blauen Button, der sehr gerne von Facebook angezeigt wird. Wenn man Facebook, seinen Facebook-Beitrag gepostet hat, dann steht immer, möchtest du deine Veranstaltung bewerben oder möchtest du deinen Beitrag bewerben? Eigentlich nur einen Klick entfernen und ruckzuck ist das Geld dann schon auch weg. Bitte nutzt diesen Button nicht. Liegt einfach daran, ihr habt viel zu wenig Informationen, viel zu wenig Einstellungsmöglichkeiten und diese Informationen solltet ihr natürlich auch auf jeden Fall nutzen, weil die euch natürlich am Ende eine ganze Menge Geld kosten können. Ey, Freunde, jetzt bitte ganz ehrlich, schreibt in die Kommentare, wer konnte dieser Versuchung noch nicht widerstehen und hat draufgedrückt. Da hat er gedacht, komm, so fünf Euro gehen. Und Leute, so schlimm es klingt, ich kenne den Tipp bereits von Danny und er hat mir es oft genug gesagt. Und ich war nicht oft, aber auch schon so schwach und habe, komm, vielleicht bringt es ja wirklich was. Aber nee, ne? Scheiße. Ist nicht. Okay, machen wir nicht. Also, gut. Auf keinen Fall einfach nur bewerben, ohne was einzustellen. Ja, damit verdient Facebook mit Sicherheit viel Cash. Fehler Nummer zwei, den viele machen, Danny. Fehler Nummer zwei ist das, was ich aus vielen, vielen Coachings und Strategiesessions und was weiß ich nicht alles mittlerweile mitgenommen habe, ist Fehler Nummer zwei, dass man sich keine richtige Zielgruppe erstellt. Es wird dann gerne einfach mal beworben und auf, ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Diese Leute würden sich dafür interessieren. Ja, meistens aber nicht. Ja, Facebook bietet unglaublich geile Funktionen, dass man sich richtig coole Zielgruppen zusammenstellen kann, auf die man dann seine Bewerbeanzeigen genau perfekt zuschneidern kann. Aber leider werden diese Funktionen meistens nicht genutzt. Und man schießt so gefühlt, wie sagst du immer, Calvin, mit der Schrotflinde in den Wald und hofft, dass irgendwie eine Sau reinläuft. In die Kugeln, genau, ja. Und das braucht man bei Facebook eben nun mal nicht. Aber ist es nicht so, dass, ich weiß nicht, ob es die Funktion noch gibt, du machst es ja jetzt schon die ganze Zeit bei mir, aber du klickst so an und je mehr Leute du erreichst, oh, geil, jetzt erreiche ich 400.000, jetzt schon 500.000, geil, oder? Ist nicht so geil, ne? Ja, das ist nicht so geil. Damit kommst du eigentlich schon direkt, das war eine gute Überleitung, kommst du schon eigentlich direkt zu meinem dritten No-Go-Punkt auf jeden Fall, Werbeanzeigen zu erstellen, die man einfach auf Reichweite bewirbt, weil man natürlich hofft, möglichst viele Leute zu erreichen. Das natürlich für verhältnismäßig wenig Geld, wenn man das Ganze jetzt mal vielleicht auf Offline-Werbung ziehen würde oder vergleichen würde. Aber natürlich Reichweite, diese Funktion auf Reichweite, deine Beiträge zu bewerben, klingt cool, ist es aber meistens nicht, weil natürlich Facebook dann einfach sagt, okay, du gibst mir dein Geld, ich such dir mal irgendwelche Leute raus und vielleicht ist mal irgendjemand da dabei, der tatsächlich auch deine Inhalte oder deinen Beitrag jetzt tatsächlich sehen möchte. Die Chance ist meistens aus Erfahrung nicht ganz so hoch. Okay, gehen wir mal ein bisschen tiefer rein zu diesem Tipp. Wenn du jetzt eine Werbeanzeige für uns erstellst, gibt es da so Hausnummern, dass du sagst, also mehr als 20.000 oder mehr als 100.000 will ich nicht erreichen? Gibt es so, keine Ahnung. Also es gibt kein Maximalvolumen an Personen, die ich nicht erreichen möchte oder bis dahin und dann will ich keine Leute mehr erreichen, weil das natürlich keinen Sinn ergeben würde. Was es aber natürlich gibt, die einzelnen Zielgruppen, also diejenigen, die wir uns dann erstellen, dass wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte nur Personen haben, die sich sehr wahrscheinlich für mein Produkt interessieren oder ich möchte nur Personen erreichen, die aus der Fotografiebranche kommen und sich mit der Selbstständigkeit beschäftigen zum Beispiel. Diese Zielgruppen haben dann natürlich irgendwann ein Limit, weil natürlich nicht jeder sich dafür interessiert. Und dann kommt man quasi an diesen Punkt, dass man sagt, okay, 300.000, 1,2 Millionen Menschen maximal sind die Zielgruppe, die ich hier erreichen kann. Und dann kommt natürlich noch dazu, ich kann die natürlich nicht alle erreichen, weil natürlich nicht alle gleichzeitig online sind. Logisch. Ah ja, okay, alles klar. Gut, es waren jetzt drei Dinge, die wir nicht machen sollten. Was ist Punkt Nummer vier? Punkt Nummer vier. Wahrscheinlich hat der eine oder andere das schon mal gehört. Es soll da so ein Facebook-Pixel geben, über den auch sehr gerne mal in der Politik gefachstimpt wird. Also ich kenne Pixel noch aus meiner Photoshop-Zeit. Ja, das kann man sich fast so ähnlich vorstellen. Stell dir so einen kleinen Mini-Pixel aus deiner Photoshop-Zeit vor. Und diesen Mini-Pixel setzt man quasi auf jede Webseite, die quasi irgendetwas zu tun hat, mit Facebook-Werbeanzeigen. Bedeutet, auf jeder Seite, wo dieser kleine Mini-Pixel ist, werde ich als Person, wenn ich zum Beispiel bei Zalando, wenn ich bei Rewe oder bei uns im Shop, egal wo bin, und dann meistens diesen Banner noch anklicke, ja, ich erlaube alle Cookies, dann aktiviert sich dieser kleine Mini-Pixel. Und dann kann man quasi Leute nachverfolgen. Klingt viel, viel spannender, als es eigentlich ist. Die coole Sache ist aber, man kann dadurch seine Verkäufe und natürlich auch seine Kunden nochmals erreichen. Und das ist natürlich was, was wir normalerweise im Offline-Geschäft nicht können oder auch im normalen Online-Geschäft unsere Leute nochmals erreichen, obwohl sie schon einmal da waren. Das ist also, wenn ich jetzt nach dem Rasenmäher irgendwo suche, dann habe ich irgendwie so einen Pixel an mir kleben, ne? So kann man sich das vorstellen. Ich sage immer, das ist so eine kleine Klette, so ein kleines Klettmonster. Wir kennen das alle, wenn wir früher durch die Wiesen gelaufen sind und hatten am Ende so ganz viele kleine Kletten an unseren Schuhen. So kann man sich den Pixel auch vorstellen. Der klettet dann quasi irgendwo an der Hose und egal, wo man hingeht, man hat den dann trotzdem dabei. Und umso mehr man sich quasi durch den Zalando-Shop quasi rumläuft, umso mehr von diesen kleinen Kletten hat man am Ende an seiner Hose. Und jetzt so für die Vollidioten, die sich damit noch nicht so gut auskennen, dadurch, dass ich einen Pixel habe, lässt sich alles besser tracken oder geht es auch ohne den Pixel? Ganz genau. Also wir benötigen als Werbeanzeigen-Macher, sage ich mal, diesen Pixel, um Leute nachzuverfolgen, zu tracken, um dann die richtigen Werbeanzeigen diesen Personen zuzuspielen. Klingt jetzt eigentlich relativ böse, wenn man sich das so anhört, ist aber tatsächlich für denjenigen, der diese ganzen Kletten, diese ganzen Pixel an seiner Hose hat, ziemlich geil, weil ich bekomme keine Werbeanzeigen mehr, für die ich mich nicht interessiere, sondern ich bekomme die Produkte angezeigt, die auch tatsächlich für mich relevant sind. Okay, ich lerne jetzt zwei Dinge. Das Erste war mir schon bewusst, ich bin auch ein ganz großer Fan davon, immer messen und auswerten. Also du musst ja tracken, um zu sehen, wo du optimieren kannst. Pixel, aber jetzt kommt was Geiles, das war mir vorher noch nicht bewusst. Wenn du keinen Pixel setzt und dann vielleicht den falschen Leuten, aber auch in die Kombination mit auf Reichweite gehen, dann passiert ja mit der Facebook-Werbung genau das Gegenteil. Du nervst Leute damit, weil sie einfach sagen, Alter, was habe ich damit am Hut? Ganz genau so ist es. Und dann verbrennst du nicht nur Geld, sondern auch Image. Absolut, genau das ist es. Also der Facebook-Pixel ist für beide Seiten, für den werbentreibenden und auch für den beworbenen, absoluten Gewinn, weil ich habe schon ganz viele und ich bin mir sicher, du auch und wahrscheinlich du, der gerade das Video schaut, auch schon ganz viele Produkte gekauft, die uns vielleicht mal irgendwo nachträglich nochmal angezeigt wurden. Und wir dachten, ey, cooles Produkt eigentlich, da wäre ich nie drauf gekommen, wenn ich die Werbeanzeige wahrscheinlich nicht gesehen hätte. Und mir geht das definitiv so. Ich bin definitiv jemand, der gerne neue Produkte gerade kauft und die sind meistens, also wirklich ganz, ganz neue Produkte, irgendwie Kickstarter oder sowas und die werden meistens erst über Facebook-Werbung ausgespielt. Ja, ich habe schon einiges über Werbeanzeigen gekauft und bin da auch offen dafür, wenn es die richtige ist. Absolut. Klar, ja. Lieber werben, wie relevant ist. Fünfter Fehler. Fünfter Fehler. Und das ist wohl der größte Fehler, den man überhaupt, wenn man über das Thema Facebook-Werbung reden kann, am Ende machen kann. Nämlich man denkt, oh, wie viel Budget muss ich mir denn da zur Seite legen oder was kostet mich denn Facebook-Werbung? Facebook-Werbung, wenn es richtig gemacht ist und man richtig weiß, was man da tut, kostet eigentlich gar nichts, weil du eigentlich immer, wenn du dir vorher Gedanken gemacht hast, mehr rausbekommst, wie das, was du am Ende ausgegeben hast. Selbst wenn du, sagen wir mal, dein Geld nur tauscht und sagst, du gibst 1 Euro bei Facebook aus und 1 Euro bekommst du zurück, dann hast du zwar dein Geld nur getauscht, aber was du ja on top bekommen hast, ist ja quasi Aufmerksamkeit, Reichweite, vielleicht Interaktion, Videoaufrufe etc. Das bekommt man oben drauf. Normalerweise müsste man nur für diese Sache schon eine ganze Menge Geld überhaupt bezahlen, wenn man das Ganze jetzt wieder auf das Offline-Geschäft oder in den Zeitungsannonce oder in den Flyer setzen würde. Da würde man erstmal Geld bezahlen, um überhaupt erstmal diese Aufmerksamkeit zu bekommen. In den meisten Fällen, da kann ich jetzt mal gerade eine Zahl einfach raushauen, auf die letzten zwei Jahre, habe ich in meinem letzten Video erst selbst gesehen, haben wir einen Return on Ad Spend, das ist so ein kleiner Minivert, da sagt man, okay, damit machst du aus einem Euro mehr Geld und der liegt bei 6,45. Bedeutet, aus den letzten zwei Jahren haben wir aus einem Euro, den wir bei Facebook ausgegeben haben, immer mindestens 6,45 Euro am Ende rausbekommen. Das ist ein Wert von uns und das ist wirklich kein Hexenwerk, das kann auf jeden Fall jeder erreichen, der sich ein bisschen damit auskennt. Und das Krasse ist jetzt, weil ich diesen Fehler gemacht habe und noch ein bisschen drinstecke, kommt dann der Calvin und sagt, sag mal, 1.000 Euro Ausgaben für Facebook-Werbung, hey, muss das sein? Dabei kommen ja 6.000 rein, ne? Genau so ist es. Ja, ich bin da selber reingestattet. Das ist tatsächlich statistisch belegt. Also wir haben auch irgendwann, haben wir dir einfach gesagt, hier ist Werbebudget, ne? Genau, also es gibt zwar so einen unausgesprochenen Rahmen, aus dem ich verfügen kann, aber auch der ist mit einer sehr kurzen Rücksprache mit unserer Buchhaltung mit Katharina dann auch schnell erhöht war. Was? Ich habe da schon eine relativ gute freie Hand. Ja, aber das ist, da muss man reinkommen, aber das ist, das ist wirklich so, ne? Also, aber daher auch die wunderbare Kombination der fünf Tipps, weil dann greift auch der sechste Tipp, ne? Weil wenn du natürlich immer nur mit Facebook-Werbung Geld rausverfasst, dann hast du natürlich am Ende beim letzten Punkt nicht das Gefühl. Aber wenn du dich da dran hältst, also da, bildet euch da auch weiter, bildet euch da auch aus. Jetzt weiß ich natürlich, ich weiß jetzt nicht, wann du dieses Video siehst, aber der Danny werkelt da ja schon an einigem, um euch da noch mehr Wissen zugänglich zu machen. Ich würde jetzt einfach sagen, kannst du dein, du hast ja auch ein Newsletter, ne? Der wird zwar jetzt nicht so oft bespielt, ist vielleicht auch für viele gut, aber wenn du zu dem Thema was machen solltest oder was rausbringst, dann bekommen die Leute eine Info und das können wir dann da unten irgendwo verlinken, ne? Also, dass wir auf jeden Fall machen können. Ich würde was anlegen, wo man sich einfach eintragen kann und wenn dieses kleine Projekt oder das etwas größere Projekt, was ich da mache, quasi veröffentlicht wird, dass man da einfach dann am Ende eine Info bekommt. Können wir auf jeden Fall machen. Genau, dann können wir selber noch entscheiden. Also, wenn ihr euch da weiteres wünscht von Danny, Facebook-Werbeanzeigen, dann tragt euch gerne ein und dann wartet einfach und schaut einfach mal, ob da was kommt oder was da kommt. Auf jeden Fall, Danny, vielen, vielen Dank und schreibt gerne mal in die Kommentare, bitte ganz ehrlich, von diesen fünf Fehlern, wie viele habt ihr schon gemacht? Oder sagt ihr, Gott sei Dank, mir wurde in dem Video klar, ich kann die Fehler, habe sie nicht gemacht, auch gut, aber wie viele habt ihr davon wirklich schon gemacht? Also gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, Danny, vielen, vielen Dank für den Input. Sehr gerne. Ja, wir bleiben ja in Kontakt, logisch. Auf jeden Fall, machen wir so. In diesem Sinne, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ciao. Hey Calvin, der B**** hier. So, ich komme gerade aus meinem Livestream und habe dort meinen ersten Online-Kurs präsentiert und du bist der Erste, dem ich das jetzt sozusagen für Sprachnachricht auch mitteile, weil ich das auch, weil ich die Gelegenheit nutzen möchte, mich bei dir zu bedanken, weil es einfach so dermaßen geil ist, was ich da von dir für den Input bekommen habe die letzten Monate. Und dass er es jetzt in meinem ersten eigenen Produkt mündet, ist für mich so dermaßen aufregend, ehrlich gesagt. Und es ist einfach nur ein unbeschreibliches Gefühl, wenn du so lange an was gearbeitet hast, ja, und jetzt bekommst du die Wertschätzung. Die Leute kaufen tatsächlich schon, Calvin, die Leute kaufen meinen Kurs. Ey, es ist so geil. Ja, oder auch, dass ich halt durch dich Menschen wie Mike Fischer kennengelernt habe. Allein das schon, ne? Also ich bin gerade in so einem, boah, ich habe Gänsehaut die ganze Zeit, ne? Das ist so unfassbar geil. Ja, und das wollte ich auf jeden Fall mit dir teilen, weil ich dir einfach so unfassbar dankbar bin, dass du so ein offener Mensch bist, dass du deine Werte teilst, dass du deine Themen teilst, einfach mega geil. Und ich habe es in der Minute geschafft. Yippie!